Das ist das wahrscheinlich beste Grillhähnchen Deutschlands. Ich wollte endlich City Chicken auf der Sonnenallee testen. Schaut euch bitte an, wie saftig diese Hähnchen aussehen. Doch das ist noch bei weitem nicht alles. Denn wenn man sich das Spezialmenü bestellt, wird das Hähnchen noch einmal zusätzlich mit einer Knoblauchpaste eingerieben und ein weiteres Mal kurz gegrillt. Dazu gibt es noch ein Fladenbrot, was ebenfalls eingerieben und gegrillt wird. Dieses Hähnchen ist wirklich so intensiv im Geschmack und dabei absolut saftig und zu keinem Prozent trocken. Und auch die Filet-Bites und der Burger waren einfach nur mega nice. Solltet ihr also Hähnchen-Fans sein und aus Berlin kommen, gibt es keinen Grund hier nicht vorbeizuschauen.